Hallo, grüß euch, ich bin der Andi und das ist der Diego, unser Familienhund American Stafford Terrier und wie es bei den Menschen so ist, man geht immer ungern zu Locations, wo man was zwickt und zwackt und das ist beim Diego im Endeffekt nichts anderes. Deshalb haben wir geschaut, wenn man zum Tierarzt und zum Hundearzt geht, dass man dementsprechend den passenden Maulkorb hat, der auch sitzt und passt und dementsprechend auch was ausschaut und die Qualität passt und so sind wir zu Boomers gekommen. Dort passt das Konzept und das Produkt dementsprechend, der Maulkorb sitzt, es wird customised, dementsprechend angepasst auf die Länge und Größe der Schnauze des Hundes und somit gibt es da keine Probleme. E-Tüpfelchen dabei, es gibt unterschiedliche Varianten, Farben etc. Man kann den selbst gestalten und hat natürlich dementsprechend auch ein Look and Feel, wenn man mit den Hunden beim Tierarzt kommt. Und ja, das ist unsere Story, wie wir zu Boomers gekommen sind und freuen uns sehr. Das Team ist super, super Service und wir können das nur jedem weiterempfehlen, der dementsprechende Anwendungsfälle hat, um einen Maulkorb sucht. Gerne bei Boomers vorbeischauen. Danke!